Der britische Schauspieler Bernard Hill ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er spielte unter anderem den Kapitän der Titanic im gleichnamigen Film sowie König Theoden in Herr der Ringe. Titanic-Schauspieler Bernard Hill ist mit 79 Jahren gestorben. Das berichtete der Sender BBC mit Bezug auf Hills Management. Hill wurde 1944 in Manchester geboren und spielte im Laufe seiner Karriere in zahlreichen Filmen, Fernsehproduktionen und am Theater International bekannt wurde Hill durch den weltberühmten Filmklassiker Titanic von James Cameron, der 1998 mit elf Oscars ausgezeichnet wurde. Darin spielte Hill den Kapitän Edward Smith. In Peter Jacksons ebenfalls Oscar-prämierten Filmtrilogie Herr der Ringe spielte Hill in den Teilen Der Herr der Ringe, Die zwei Türme und Der Herr der Ringe, Die Rückkehr des Königs, den König Theoden. Bernard Hill wurde am 17. Dezember 1944 in Blackley, Manchester, Vereinigtes Königreich geboren. Er verstarb am 5. Mai 2024. Seine Durchbruchrolle war Yossa Hughes, ein kämpfender und arbeitsloser Arbeiter in der BBC-TV-Drama Boys from the Black Stuff. Mit seiner Darstellung des harten Charakters in der Serie erlangte er große Anerkennung und die Show wurde zu einer der besten britischen TV-Serien. Um die neuesten Updates zu erhalten, abonnieren Sie bitte unseren Kanal und klicken Sie auf das Glockensymbol.